Dieses Jahr bietet Sapsburg Solen Wingfoil Camp in Dänemark am Limpfjord an, wo die Gäste die Möglichkeit haben, die Faszination des Wingfoilens kennenzulernen und den Sport auch zu erlernen. Beim Wingfoilen wird ein Hydrofoil unter Wasser benutzt, kann man sich ähnlich einem Flugzeug vorstellen und das ermöglicht dem Fahrer in der Luft zu schweben und mithilfe des Wings, den wir in der Hand haben, wird man vorangetrieben. Die Location bietet die wunderbare Möglichkeit, dass man wirklich von der Wiese vor dem Haus direkt aufs Wasser gehen kann. Es ist eine alte Farm, die auf einem kleinen Hügel gelegen ist, mit Wassernähe. Dieses Zusammenleben bedeutet immer automatisch, weil wir alle mit Spaß dabei sind, dass man die ganze Zeit die Möglichkeit hat, den Trainer anzusprechen, eine Frage zu stellen. Und das ist das Besondere, glaube ich, dass man einfach die ganze Zeit zusammen ist und immer spontan die Möglichkeit hat, mal ein nettes Gespräch zu finden, sei es über das Material, sei es über den Sport oder vielleicht auch einfach mal über die Natur hier in Dänemark oder wie schön es einfach der Moment gerade ist. Und das ist das Gleiche. Musik Musik